Ja, alter Frankenberger, wenn alt keine Beleidigung ist, viele kennen Ihren Vater hier, der ja den selben Beruf hatte wie Sie, nicht ganz, aber Generationen von Frankenberger Kindern haben Ihnen gerade Zähne zu verdanken. Das ist richtig, genau. Sie selbst leben nicht mehr in Frankenberg, in München und Sie haben sich ein besonderes Projekt auf die Fahnen geschrieben, was man hier in Deutschland früher so abwärts als Hasenscharte bezeichnet hat. Heute heißt es, heute ist es eigentlich besser von einer Fehlbildung zu sprechen, also von der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und es ist auch so, dass weltweit Kinder davon betroffen sind. In geburtenstarken Regionen natürlich entsprechend mehr, absolut gerechnet, auch mehr Kinder. Und Vietnam ist ja ein sehr junges Land und sehr dynamisch und dort sind die Kinder eben auch in den großen Metropolen eigentlich gut versorgt, aber die ländlichen Gebiete sind eben auch problematisch. Jetzt haben wir natürlich im Mitteleuropa ein einigermaßen funktionierendes Gesundheitssystem, das heißt, Sie hatten es vorhin anklingen lassen. Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte wird oft schon pränatal gleich operiert, dass da bei den Kindern kaum was sorgt bleibt. Genau, also es ist so, dass normalerweise der beste Behandlungszeitpunkt im ersten Lebensjahr ist, sowohl für die Lippen als auch für die Gaumenspalte. Man fängt die erste Operation eigentlich schon in drei Monaten mit dem Operieren an für die Lippe und nach neun Monaten erfolgt dann der Gaumenverschluss, damit man letztendlich eine Verbesserung der Trinkfähigkeit und auch des Lippenschlosses bei den Kindern hat, sodass die Ernährung einfach auch gesichert ist. Das ist übrigens auch das, was am meisten zu Unterernährungen in solchen Felden auch führt, dass eben die Kinder nicht richtig Milch trinken können und die Milch halt auch in den Nasenrachen kommt. Gerade in den Ländern Südostasien sind Sie viel unterwegs, Vietnam, aber auch Lateinamerika. Das machen andere Kollegen, aber die Deutsche Kleft Kinderhilfe ist weltweit tätig, auch in Bangladesch, in Indien, in Vietnam. Und dort betreuen wir eigentlich verschiedene Ärzte, betreuen ehrenamtlich dort die Projekte. Mein Projekt ist in Vietnam. Jetzt ist es so, dass gerade in diesen Ländern natürlich Kinder einen bestimmten Stellenwert haben. Das heißt, der Sohn ist gewünscht, die Tochter ist eigentlich nur teuer, wenn man sie nicht unter die Haube bringen kann. Und diese Kinder sind eigentlich oft dann zum Schalter verbammt. Im schlimmsten Fall sogar, dass sie, ich möchte das Wort vermeiden, aber nicht als lebensfähig erachtet werden. Also es gibt Länder, in denen das so ist. In Vietnam ist es zum Glück nicht so stark ausgeprägt. Aber es stimmt schon, dass da auch ein großes soziales Stigma einfach dabei ist, dass diese Kinder ausgeschlossen sind, eher von der Gesellschaft. Einfach entweder durch das Aussehen oder weil sie eben auch viel mehr Arbeit machen. Und wir versuchen einfach unseren Beitrag darüber zu leisten, diese Familien zu unterstützen. Wir können sehr effektiv dort Hilfe leisten. Insgesamt kostet jede dieser Operationen nur 300 Euro. Und damit können wir wirklich innerhalb von einer Stunde das Leben einer ganzen Familie auch verändern. Also nicht nur der Kinder, sondern die ganze Familie legt dadurch auf. Jetzt sind für uns Mitteleuropäer 300 Euro nicht viel. In manchen Ländern ist das fast ein Jahreseinkommen, muss man dazu sagen. Und die Eltern können sich das oft gar nicht leisten. Selbst medizinische Grundversorgung wird schwierig zu leisten sein. Wie dankbar ist man eigentlich auch, wenn Sie mit Ihrer Truppe kommen oder Ihre Kolleginnen und Kollegen finanziert von der Stiftung, von dem Projekt, solchen Kindern, solchen Familien ein soziales Leben ermöglichen? Also ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich es überhaupt machen kann. Man kriegt diese Dankbarkeit von den Familien auch zurück. Aber das Schöne ist auch, dass wir dort eine Infrastruktur aufbauen, um nachhaltige Versorgung das ganze Jahr über zu leisten. Also die Hauptarbeit wird eigentlich in den 51 Wochen geleistet, wo wir nicht da sind, weil wir durch unsere Struktur einfach dort die Kollegen ausbilden können. Wir kommen halt bei den schwierigen Fällen hin und unterstützen sie dann auch. Dass wir zum Beispiel bei der letzten Mission, jetzt letzten Dezember, wo wir endlich nach Corona, nach fast drei Jahren wieder hingehen konnten, 80 Kinder in einer Woche operieren konnten. Und man kriegt unglaublich viel einfach wieder von den Familien zurück. Und viele Familien sehen wir dann auch jedes Jahr und begleiten sie, weil auch viele Folteroperationen dann ja trotzdem kommen. Bieten Sie auch Ärzte und Ärzte in den entsprechenden Ländern aus? Sie haben ja, glaube ich, auch eine Lehrtätigkeit. Genau. Also ich bin Dozent an der Universität Regensburg. Aber für mich ganz wichtig ist auch, dass wir während unseren Aufenthalten dort in Vietnam mit den Kollegen schwierige Fälle besprechen, dass wir Konferenzen abhalten, dass wir ihnen Entscheidungshilfen an die Hand geben, sodass die Versorgung dort in ihrer Gesamtheit sehr, sehr viel besser wird. Sei es jetzt operativ oder kieferorthopädisch oder auch sprachtherapeutisch. Oder sei es auch nur, dass man soziale Projekte macht, wo man den Kindern einfach auch mal einen schönen Nachmittag auch in Zusammenarbeit mit den dortigen Sozialarbeitern auch gönnen kann. Haben Sie einen Überblick, wie viel Spaltkinder Sie und Ihre Kollegen im Rahmen des Projektes inzwischen zu einem besseren Lebenshaushalt haben? Also wir operieren oder wir finanzieren pro Jahr mehrere hundert Operationen in allen verschiedenen Projekten. Und die Deutsche Kletter-Kinderhilfe hält darüber auch ganz genau hoch. Wir kriegen auch die Dokumentation von den Kindern dort geschickt. Ansonsten würde dieses Geld auch gar nicht fließen. Und diese Dokumentation ist halt sehr, sehr ausführlich. Und wir wissen, dass wir zwischen 250 und 400 Operationen jedes Jahr auch finanzieren können, obwohl der Bedarf auch noch viel höher ist. Also wer dieses Projekt unterstützen will, es gibt einen Link auf der Seite vom Eterdampfradio. Das sind die Spendenkonten der Lines. Und was die Lines für dieses Projekt einnehmen, gibt 1 zu 1 an Dr. Lohnic und sein Projekt für die Gaumen-Lippen-Spalten-Kinder. Genau. Und wir haben sogar von der diesjährigen Mission einen Film gedreht. Wir hatten einen Fotografen dabei. Der wird in den nächsten ein, zwei Wochen auf unsere Webseite gestellt. Da können Sie sich auch einen Eindruck verschaffen. Das ist unter www.mclinic.de. Wir können den Link auch gerne dann zur Verfügung stellen, sobald es ist. Prima. Vielen Dank. Danke.